Jungs, was machst du denn da und bist schon wieder am Rauchen? Was willst du von mir, Junge? Ich rauch, man ich will. Spassi, wir sind hier aber beim Friseur. Ja und? Ich rauch so kein Flugzeug. Was willst du von mir? Junge, du bist so hingeblieben. Erheiratet doch direkt deine Pfeife. So, sie dürfen jetzt die Braut küssen.